Liebe Bernerinnen und Berner, unsere Bäder- und Eisanlagen müssen saniert werden. Das Weierli haben wir schon gemacht, die Schwimmhalle steht, im Weilerbad sind wir dran. Und jetzt also ein grosses Jahr für 60 Millionen Euro für die Sanierung der KWD von dieser wunderbaren Anlage. Ab nächstem Herbst wird die Anlage mit der Kunsteisbahn, dem Wellenbad und dem Nichtschwimmerbecken nachhaltig renoviert. Weitere Anlagen werden aber folgen, das Marzili wartet noch, das Lorerenbad, Weisbahn-Lehmannshaus und Halle Betti. Dank der grösseren Liegenfläche mit mehr Schattenplätzen werden sich alle richtig wohlfühlen in der neuen KWD. Danke für eure Unterstützung auch in der Zukunft für eine lebenswerte Stadtbernd.